Ich muss gucken, sonst ärgere ich mich nachher, wenn da was war und ich nicht hingegangen bin. Ah, alles klar. Also da komme ich rein, wenn ich die Powerkralle habe. Die wahrscheinlich in der großen Kiste liegen wird. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da oben in die Tür? Ist das jetzt endlich mal mit Fackeln hier? Nein, ist es nicht. Hä? Ja, oh, oh, fetter Grafikfehler, wenn man so unter dem Vieh durchgeht. Äh, verschwindet der Kopf. Gut, okay, dann gehe ich jetzt Richtung, äh, äh, also komplett nach rechts, im Prinzip. Da, wo die andere verschlossene Tür war. Und dann schauen wir mal, was da so ist. Niu. War ich da, unten war ich noch nicht, ne? Hier, äh, so unten rechts. Äh, unten links. Kann ich auch noch hingehen. Aber egal, jetzt zuerst hier hin. So, und hier haben wir... Och, du Scheiße. Okay, Schutz. So, das war schon mal die Tür. Und jetzt will ich noch wissen, was in der Ruhe ist. Ah, der Kompass. Sehr gut. Äh, äh, so, oh Gott, das hier sieht verdächtig aus. Was ist das denn jetzt? Aber die bekomme ich doch im Leben nicht kaputt. Niemals. Ne. So zumindest nicht und, äh... Aber ich muss es eigentlich auch nicht. Was, hier schon der große Schlüssel? Was? Das ist ja, äh... Hier ist ja quasi nix in dem Palast. Also... Mein Virus, Antivir, äh, will wieder Aufmerksamkeit. Ähm... Ja, Moment. Also, ich hab jetzt schon den großen Schlüssel. Heißt, ich kann jetzt schon an die große Truhe. Die ich ja auch schon gefunden hab. Äh... Da bleibt ja nix mehr über. Also, wie, kein Boss, kein, kein... Also... Ich glaub, ich hab noch nie einen Palast in, 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 äh... Irgendeinem Zelda-Teil gesehen, der so schnell vorbei war. Das kann ja nicht sein. Oder es geht irgendwie... Ach... Oder es geht halt irgendwie... Ähm... Danach, wenn ich die Powerkralle jetzt hab, hinten einen Berg weiter mit dem Palast. Ja, Powerkralle. Oder Krafthandschuh, von mir aus. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Der Powercloth... Äh, äh, hier, äh... It's so bad. Achso, das ist kein Item... Achso, ja, ich seh's. Ah. Ah drückend für Steine aus dem Weg räumen. Gut, dann, äh, geh ich... Ach, Mist. Ähm... Wo bin ich denn dann lang? Nach unten jetzt. Ja, genau. Jetzt hier nach unten, dann... Durch und ganz unten in die Tür. Und von dort aus komm ich nach draußen zu dem Höhleneingang. Also, es würde mich doch sehr wundern, wenn das jetzt wirklich alles war. Vor allem, was ist hinter der Tür? Da muss doch auch noch was sein. Oder kann ich diese... Türme mit dem Handschuh? Nee, das macht ja auch keinen Sinn, oder? Na egal, ich geh jetzt mal hier rein und schau mal, was da ist. Aha. Nein, ach. Das war blöd. Hier ist doch garantiert irgendwo... Ungeheimnis, genau. Und Boss-Time, oder? Was? Nein. Nein. Oh Gott, ich hasse es. Nein. Oh. Oh, was zum... Ich kann es nicht kaputt machen. Oh, ich bin gleich im Eimer. Nein, 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 nein. Was geht denn hier ab? Muss ich warten, bis alle Fliesen weg sind, oder was? Scheiße, was war das denn jetzt? Wow. Ah, das ist in Ruhe. Okay, das könnte jetzt unter Umständen noch ein bisschen bitter werden. Ähm. Äh, okay, Moment. Also, ich hab einen Bumerang, Bomben, magisches Pulver, eine Lampe, ein Fangnetz, ein Buch und eine Biene. Und den Bogen. Äh. Ich probier's mal mit dem Bumerang. Nein. Nicht mit dem Bumerang. Pfeile, macht auch keinen Sinn. Treff ich sowieso nicht. Bomben. Nein. Auch nicht mit Bomben. Was zum... Mag ich das Pulver? Oh, okay. Äh. Hä? Der Raum verwirrt mich grad dezent. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Ist vielleicht irgendwo hier ein Schlüssel drunter versteckt und ich muss einfach nur schnell den Schlüssel finden? Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, tatsächlich. Oh Gott. Und jetzt hier irgendwie wieder durch. Ja, toll. Mit zwei Herzen in die Tür. Das ist ja großartig. Äh. Äh. Die Pfeile. Ich hab so das ungute Gefühl, dass ich zum Boss lauauauuufe. Scheiße. Also irgendwie macht man bestimmt auch die Türme kaputt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allen Dingen gibt's ja wirklich noch eine Tür in dem Palast, die ich nicht geöffnet hab. Nicht die, bei der ich rausgegangen bin zur Höhle. Oh, ich kann ja weder nicht dran vorbeilaufen. Herr damit. So, schnell rein. Hier geht's ohne Unterbrechung weiter. Ist die Frage, ist hier eine verschlossene Tür, die ich nur mit allen Gegnern besiegt aufmachen kann? Oder was ist hier? Was? Was? Die sieht mich durch die Wand? Und da ist noch eine. Was? Boah! Das gibt's doch gar nicht. Was geht denn jetzt hier ab? Ich, ich, ich starb ja am laufenden Band. Scheiße. Mann. Also die Türme, die gehen mir echt auf die Nüsse. So, wo war der? Achso, nee, jetzt brauch ich keinen Schlüssel mehr. Gut, dann komm ich hier wenigstens schon mal mit doppelter Energie durch. Äh. Pfff. Moment, kann ich die vielleicht mit den Pfeilen ausschalten? Die sind ja auch so grün wie die anderen. Wie diese Statuen. Oh Gott, von hier komm ich da nicht hin. Boah, von hier. Oh, Mann. Der blöde Gummilurch. Was? Nee. Äh, okay, mit Pfeilen ist auch nicht. Äh, ja. Ich, äh. Na komm. W-was denn? Wie kann der mich denn da sehen? Ach, Menno. Okay, jetzt hier so schnell wie möglich alle Gegner. Ich weiß ja nicht mal, ob ich alle Gegner platt machen muss. So, jetzt schnell hier dahinter. So, trifft der mich nicht mehr. Jetzt hier hin. Und da sieht mich der hier. Ja, tatsächlich. Der sieht mich durch die Mauer. Baa. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier durch kann. Natürlich nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Und der sieht mich da oben immer noch. Und der sieht mich jetzt auch. Na klar. Alter. Ja, geil. Wie, was zum... Oh. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Raus hier. Oh Gott. Und jetzt ist auch noch Boss-Time. Komm, hier fliehen. Natürlich. Hallo, habe ich hier vielleicht mal eine Sekunde Ruhe? Ja, klasse. Jetzt war reck ich vorm Boss. Natürlich. Ey, was ist denn das? Ohne Scheiß. Wie soll ich denn hier durchkommen? Von vorne, ne? Na klar. Boah, fuck. Okay, aber die Tür ist jetzt auch auf. Das heißt, ich kann jetzt komplett durchrennen. Boah. Das ist kein Spaß. Das ist echt krank. Ne, ich kann nicht komplett durchrennen. Hier, die Gegner muss ich platt machen. So, jetzt hier hinter. Komm, der sieht mich nicht, oder? Ne. So, zack. Und raus. Scheiß auf den Diamanten jetzt. Reicht jetzt. Genug Mist. Eingesam, jetzt verschwinde. Entdeckung. Hoch. Durch. Schnell. Ich komme nicht durch die Tür mit einem Stein in der Hand. So, jetzt nochmal. Hier kann ich auch einfach durch. Was? Jetzt aber. Verdammt nochmal. Boah, das ist ja immer noch nicht zu Ende. Hier kommen auch Fliesen, oder? Was? Du willst mir jetzt als... Ne, du bist jetzt hier kein Endgegner, oder? Was willst du denn hier? Was? Ah! Wieso hat der durchgeschossen? Wach auf. So. Okay, ich bekomme hier Mana, und es sind zwei... Ne, vier... Ähm... Fackeln. Zum Anzünden. Da muss ja jetzt quasi was passieren. Was soll denn da sonst hier sein? Tatsache. Endlich, das Ding mal was. Du hör auf zu wackeln. Hä? Ach so, ich hab die Tür nicht gesehen. Okay, das heißt jetzt Endboss-Time. Oh. Gott. Oh, die Fackeln gehen aus. Und ich geht das Ding da nicht... Ne, geht nicht zu. Ja, und es ist ein Sand-Phi. Das war ja klar. So, was geht ab? W- Zwei. Vier. Was? Okay, es ist ein gigantischer Sand-Form. Nicht, dass ich's gedacht hätte, ne? Nö. WAH! Und ich treff den nicht. Aber der trifft mich. WAH! Ich treff den auch nicht mit Pfeilen. Doch, ich treff den mit Pfeilen. Aber nur am Kopf. Nur am... Was? Wieso bin ich... Was hab ich denn jetzt? Warum hab ich jetzt was... Ach, die Steine, die die wegfliegen. Die seh ich ja jetzt erst. Die gehen nur beim Ausbuddeln, genau. Und immer diagonal. Oh! Uah! Nein! Oh Gott! Sollte Gegner, die konnte ich noch nie leiden, ne? Die, äh... Hat jemand Darksiders gespielt? Uff! Da gab's doch auch so'n gigantischen Sandwurm. Der kam doch auch zweimal oder so. Das war auch die, äh, absolute... Ach! Ich kann... Ich mag keine Sandwürmer aus dem Boden. Die sind, äh... Die trifft man nie. Oh Gott! Nein! Ach, ich lauf auch jedes Mal noch rein. So ne Scheiße. Zack! Nein! Man trifft die aber auch echt sehr beschissen. So, ich hab nix zum Heilen dabei, oder? Ich hab ne Biene dabei. Boomerang kann mir hier vielleicht helfen. Nein! Oh Gott! Gott, ich hab keine Energie mehr. Das wird echt ne haarige Sache. Ich glaub nicht, dass ich den jetzt auf Anhieb schaffen werde. Nein! Nein! Boah, das ist hier... Äh, das ist mir definitiv zu viel. Das ist ja fast schon, äh, hier Ikaruga für... Für, äh... Vorschüler. Da! So viel Gefliegsel auf dem Bildschirm! Scheiße, nur ein Herz! Das war... Das war nur einer von drei. Das war nur einer von drei. Und ich hab noch ein Herz. Das geht schief, meine Freunde. Das geht sowas von schief. Und ich will kein Safestate machen. Ich will das Thema ohne Safestate durchspielen. Oder zumindest versuchen. Ne, aus der Perspektive nicht. So. Und jetzt kommt der wo raus? Darüber? Treffe ich mich? Den treffe ich. Sehr schön. Okay, komm schon. Die zwei schaffe ich doch noch. Das ist die Frage, was bekomme ich abgezogen? Wenn ich von dem Stein oder von dem Vieh selbst getroffen werde? Ich glaube, von dem Vieh selbst bekomme ich ein Herz, von dem Stein ein halbes. Na, Mist. Boah, wird der schneller? Kann das sein? Oder es ist, glaube ich, zufällig, wie schnell die da fliegen. Oh, Mann. Jetzt haltet doch nicht so viel aus. Treffe ich nicht. Den treffe ich. Was? Hallo? Och. Komm schon jetzt. Zack, den hab ich getroffen. Zack, den hab ich getroffen. Ey, die geben nicht auf. Ah, den. Das wird nix. Der wird auch nix. Stehe ich falsch? Oh, ne, 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 ne. Ja, okay. Nur noch einer. Komm, das schaffe ich. Das muss ich jetzt schaffen. Wie geil. Das war klar, oder? Das war klar. So, nicht so. Ja. Nein. Oh, Gott. Ich... Oh. Wo kommst du da? Äh, so. Na, sterb doch endlich. Bitte. Äh, so. Ne, das ist zu steil. So. Oh, Mist. Oh, komm da. Da. So. Passt. Na, man. Jetzt springen wir nicht immer nach oben. Da treffe ich dich doch nicht. So, jetzt springt er nach unten. Hier vielleicht. Nein. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Alter. Mit dem neuen Herz. Oh, ja, großzügig. Ich bekomme ein ganzes Herz zurück. Oh, Mann. Egal. Ich hab das Amulett. Und... Hab ich jetzt ein neues Herzteil? Ja, ne? Noch ein neues Herzteil. Heißt zwei neue Herzteile. Und Palast geschafft. Das Amulett der Stärke. Yay. Dein Ziel ist greif banal. Hol nun noch das dritte. Ah, dankeschön. Yay. Da freut er sich. Da freu ich mich mit. Okay. Herzinfarkt. Ähm. Alles klar. Das heißt, das habe ich jetzt abgeschlossen. Ich heiße. Ich heiße, ja. Das heißt, ich muss hier hoch. Ähm. Ja, jetzt geht die Sucherei wieder los, wie ich da überhaupt hochkomme. Also ich wollte ja das letzte Mal eigentlich durch den Wald hier hoch, da rein. Hab dann aber irgendwie das verpeilt und hab da stattdessen das Master Sword gefunden. Weil hier ist nämlich auch noch ein Haus. Also, vielleicht komme ich wirklich durch den Wald hier raus, äh, zum Berg oder so. Weil hier bei der Kathedrale und hier bei dem Friedhof, da ist zwar ein Aufgang, aber da komme ich nicht hoch. Auch mit Powerkralle. Also würde ich sagen, ich laufe mal da irgendwie in den Wald und schaue mal, ob ich dann nach rechts raus kann aus dem Wald. Gut. Oh Gott, der Meme. Ich hab's, ich hab's, äh. Ich hab's fast nicht mehr geglaubt. Ja, aber das waren ja trotzdem, äh, generell, äh, schon einige unnötige Tode. Aber, naja. Lasertürme. Waaah! So, hast du was zu vermelden? Ich hab den Palast geschafft. Die Prüfung in der Wüste hat dich stärker gemacht. In dir fließt sicher Heldenblut. Das ist nett.